Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video, wir sind Deutsche in Minecraft und zwar wird es heute wieder mal um dieses Spiel gehen. Habe ich schon ewig so nimmer gespielt, ne? Also heute, ich habe es mit dem Hütte-Meister privat gespielt, aber so richtig in der Aufnahme habe ich es noch nie gespielt. Also heute habe ich, ich habe es schon gespielt, aber halt schon das längere nicht mehr. Ich probiere es mal. Naja, waren die Gegner direkt Holzbahn, das ist kacke, aber haben sie dabei noch nicht. Geht da drüben ab, haben die Beef, okay. Ah, blau ist weg, okay. Haben, hat grün das Kölb. Ah na, die haben beide gelieft, okay. Ist auch entschuldig auf jeden Fall. Ah, Juni, ist das nervig. Also, Anna, bitte ist echt... Ja, dazu soll ich einfach mal... Nix. Äh, ja... Weiß ich jetzt nicht. So, werfen, gehen wir mal jetzt. Äh, Junge. Das ist unlustig, bro. So. Ach, da sind die Rekam-Bucken. Ach, da sind die Rekam. Ach, da sind die Rekam-Bucken. As. Ach, da sind die Rekam. Ach, da sind die Rekam-Bucken.